Von nix auch? Bin tot. Hinter dir. Der hockt in der Straße. Kommt jetzt um die Ecke. Kommt auf den Platz. Mal weg. Von wo? Nein. Ach nee, das war nicht der, der mich gekillt hat. B nehmen die gerade ein. Ich bin noch mal gespawnt. Das wäre gut vom Gegner. Ist hier ein Eingang? Nee, wir müssen da hingehüpfen. Da ist gleich ein M-Track, da gehe ich mal lieber weg. Viel zu viele Gegner. Ah, zwei mitgenommen. Wademeister Paul. Alle bei B. Oh, jetzt hat er auch die Bulldog, ey. Da hat er sehr ausgebockt. So, ich bin jetzt hier am Geschütz. Hoffentlich überlebe ich jetzt so ein bisschen. Oh, ich habe das Geschütz. Okay. Gut zu wissen. Nicht so ein richtiges Pampamp-Geschütz. Da drin, warte rein, oder? War da nicht wer? Komm, ich habe ihn doch gesehen. Ach, kommen sie schon. Wo sind denn die hier? Jawohl, wir haben gleich auch vier Punkte. Wir können das noch drehen. Hier, ich will mit einnehmen. Was soll denn der Scheiß? Raus da. Oh, hier das Haus wie in China Rising. Die ganzen Dinge ins Aussehen, ne? Ja. Ah, da blinkt schon wieder viel zu viel. Lass mal zu C probieren dann nach. Oh, Claymore. Gute Idee eigentlich. Jetzt nicht mehr, weil die jetzt alle rausgehen. So, erstmal ist dieses Haus jetzt hier cool, wenn die das wieder einnehmen wollen. Dann kann ich das nämlich versuchen abzuwehren. Nicht wahr? Ja. Hier mal von hinten. Verdammt. Wir sind Türke. Das bringt wohl nichts. Da mache ich nur auf mich aufmerksam. Willkommen bei 4NetPlayers. Hallo. Vielen Dank für Ihr sein Willkommensgruß. So. Sicher. Noch wer? Der will. Der will noch. Ich hoffe, ich habe gerade auch so eine Markise. Da will keiner machen. Schade, ja. Jetzt haben sie wieder viel zu viele Punkte. Kurzzeitig sah es ja ganz gut aus. Aber leider nur für kurze Zeit. Wo bist du gerade so? Ich bin oben auf dem Dach. Okay. Ja, wäre ganz gut, wenn wir das mal halten. Ich probiere jetzt C. Und bin tot. Dann join ich dir mal nach. Mach mal nicht. Ich stehe oben auf einer Markise drauf. Ist nicht so eine Welt. Fällt es runter wahrscheinlich dann. Okay. Ist das da gefährlich dann, oder? Nö. Okay. Ich bin mal über dem Endtrack. Okay, warte. Ich bin auch oben drauf. Unter uns? Tot. Noch einer. Noch zwei. Mach sie weg. Verdammt. Ah, jetzt wollte ich auch. Scheiße, da sind so viele. Ey, da sind sechs, sieben Stück. Lass da nochmal hin. Ja, habe ich gesehen. Wenn wir uns da zusammen ansneaken, dann kriegen wir das hin. Und, äh, freitod haben wir ja, dann können wir uns ja wiederbeleben. Wir schmeißen schon Granaten. Die kommen gleich hier hoch, hundertprozentig. Ah, wo geht's denn runter? Andere Seite, ne? Hey, wo sind die alle? Einer weg, unten. Eingang. Dann kommt der nächste und noch einer. Ja. Jetzt haben sie mich gesehen am Eingang. Ich spotte Moment eher, anstatt irgendwas anderes zu bewirken. Kurz rausgegangen, weggehauen und wieder rein. Oh, Granate. Boah. Ja, übernimm. Ach, der andere ist da gut. Nein, kannst du mich wiederbeleben, ich liege unten. Nein, ich liege da auch. Na, scheiße. Ja, wir müssen irgendwie wieder hin, das war eigentlich mal gar nicht so schlecht. Ich bin fast wieder neutral. Fast. Ja. Ja. Einen schaffst du noch. Hier komm, ich renne von B aus zu A. A ist jetzt unser Ziel für die letzten fast 200 Tickets nur noch. Und der Weg führt durchs Haus. Da bin ich mir ganz sicher. Zündig, runter. Ha. Mega unnötig. Da kamen sie zu dritt oder zu viert. Unnötig. Was war denn jetzt eigentlich nächste Runde? Propaganda. Ha. Wir waren die einzigen, die gewartet haben. Ist eigentlich für eine gute Position. Und ich guck mal in die andere Richtung, wo du nicht hingucken kannst. Ob das jetzt so viel bringt. Unter mir sind aber ganz viele. Ich merke, ich merke, das laufen die ganze Zeit rein. Äh, ja. Einer weg. Hier kommt einer. Noch weg. Von hinten. Hat mich gesehen. Nicht. Sollte er eigentlich. Weg. Ich schwöre von der Granate. Trifft leider nicht. Na, die wird vorher. Ja. Aua. Tod. Moment. Und oben auf dem Dach. Egal. Wo, wo oben auf dem Dach? Ganz oben? Ich komm dir mal nach. Ich werd beschossen. Ich leb aber noch. Mann, die Dinger hier wieder auf. Kannst du die Dinger aufmachen? Ich weiß nicht wie. Ich leider auch nicht. Nein, scheiße. Da war doch eigentlich klar, dass... Von oben? Ich dachte jetzt von hinten. Scheiße. Mh. So, bin da. Boah, dieser Typ, ey. Mit seiner armen R2. Nachschützen werden wir ihn haben. Moment, ich will dich wiederbeleben hier. Jawohl. Im dritten Anlauf mal wieder. Äh, hier parallel zu uns im Gang. Und die Garage daneben auch. Was? Ach, noch ein anderer. Okay. Na gut. Danke. Jo. Da waren aber glaube ich noch ein paar mehr, ne? Müssen aufpassen hier. Ach, da war noch einer. Ja, ich guck hier mal den anderen Eingang. Da hinten rennen sie nämlich lang. Wo rennen die denn da hinten hin? Ach, und aus dem Fenster Attila wieder. Ja, ja. Dritte Mal jetzt. Ja, schade. Also wollen wir die nächste Runde direkt noch mitnehmen und dann wird Schluss machen, oder wie? Können wir machen. Okay. Oh, aber was zu essen? Ich hab Hunger. Oh ja. Ich bin dann für heute aber auch echt durch. Das war ein produktiver Tag. Ich glaube, wir haben fast den ganzen August jetzt durch. Das im Juli. Ja. Ja, hier. Morgen ist August. Ähm, übermorgen. Ja, ich weiß. So, das im Juli hört sich so an, so, ja, 10. Juli, ja. Wieder dieser Türke. Moment. Oh, verdammt. Ach, der hört immer noch an seinem Fenster. Und wieder Attila. War kaputt. Jawoll, er ist tot. Kannst du mich wieder belegen? Oder bist du auch wieder getötet worden? Danke. Das reicht mir als Antwort. Jo. Oh. Oh. Oh, vom Dach wieder. Und... Scheiße. Hätte ich denke ich noch ein, zwei mal hinten können, dann wäre ich da weg gewesen. Da sich was bewegt. Wie runtergesprungen ist in so einer Kriech-Animation. Das war wieder so tauchermäßig. Hier die Garagen bei Dingen sind aber ganz schön beliebt, wa? Das ist wieder so ein Amtrak, so ein Kaka. So, Rinder. Kannst du mir nämlich gar nichts. Und von da unten auch nicht. Und von da unten auch nicht. Amtrak! Auf! So, Double Kill auf dem Dach. So muss das nämlich. Ich glaube, es wird ja schon fast wieder neutral. Jetzt da unten noch optimalerweise zwei auf der Straße wechseln. Oder beim Runterrennen. Schade. Mit Ansage wäre es cool gewesen. Ah, da. Na? Wo seid ihr? Hier, ich habe die da unten neben einer Kreuzung gesehen. Oh. Da hat der Max wohl die Connection gelostet. Schade, ist er noch im Spiel? Ja. Er ist noch im Spiel. Egal, er weiß das Passwort. Wenn es wieder geht, sollte er kommen. Denn sollte er das auch gehen. Da läuft er sogar noch. Ich glaube, ich laufe ihm sogar mein Daher ist voll geil da auf, diesen Ritzen eigentlich. Wo? Da. Mach weg, mach weg, mach weg. Komm, ein Hit. Scheiße. Ja. Ja. Da hinten. Und verloren. Egal. Positiv mit drei Punkten. Und Sechster und Bester aus dem Squad. Das hat sich ja doch noch zum Guten gewendet. So, dann gucke ich gleich mal, was mit dem Maxchen los ist, ne? Und, äh, ja, Punkte gucken wir natürlich noch kurz. Und? Dann. Ja, Hacker Win. Super. Habe ich eigentlich so nicht gemerkt. Camper eher. Hacken oder Cheaten habe ich nicht gemerkt. So, mein zweihundertprozentiger Boost war auch drin. Und dann bedanke ich mich für's Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nach��� changes mit opera und bauen. Bis zum nächsten Mal. Chris. Und? Sup. bot da lerne. Es geht einfach mal mit, ze wield.